Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Youtubers Live. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben waren. Ähm. Ähm. Ist immer in der Angestaltung, ne? Ja. Moment. Hatten wir Computer schon alle komplett ausgerüstet? Nein, nicht neues Game. Nein! Nicht neues Gaming-Video. Ausrüsten, aufrüsten, was auch immer. Wir haben... Genau, wir konnten umziehen, ne? Unglücklicherweise hast du die Beden... Okay, es lagt gerade wieder ganz schön. Ähm. Netzwerke? Äh. Äh. Okay. Gut. CPU. Ähm. Hatten wir hier die Beste. Gut. Auch. 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 Ja. 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 Und ja. Okay. Dann hier hinten. Dann machen wir mal Cyber-Banana. Okay. Dann machen wir noch ein Gameplay dazu. Auf Arbeitsplatz 3 ist, äh, richtig. Ja. 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 Und du bitte auch. Äh. Äh. Gameplay. Okay. Yo. Auf Arbeitsplatz 2. Ei. Unser Mito ist abgegangen. Ist okay. Aber wir hatten noch den Rest, äh, alles eingekauft und so, ne? Ja, stimmt. CPU. Haben wir Tastatur. Haben wir Monitor. Haben wir auch. 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 Okay. Ja. Und. Ja. Jut. Dann. Nach oben. Stimmt. Wir können umziehen, ja. Könnten wir. Könnten wir. Nein, ich will keinen. Nein. Kein Gaming-Video. Ich wollte aufrüsten. Dö, düm, 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 düm. Hier haben wir sogar alles gekauft. Okay. Gut. Äh. Da wollte ich nochmal gucken. Idea. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, ne? Hier hatten wir auch, glaube ich, alles gekauft. Ja. Könnten wir nochmal bei. Was ist ein? Neve- Neve-G. Ah. Ja, Superfood brauchen wir auch nicht. Tobi ist der Kleidungsladen, oder? Ja. Könnten wir eigentlich auch mal alles einkaufen? Hä? So. So. Okay. Ähm. Ne, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dass wir vorher lieber ein neues Spiel kaufen, aber das neue Spiel ist ja noch relativ gut. Sag ich jetzt mal. Oh mein Gott, ist das Sound laut. Wir brauchen ja vielleicht für Events auch nochmal eine neue Kleidung, ne? Du hast ein Video fertig, das gucke ich mir gleich an. Der Computer geht ein bisschen kaputt, okay. Aber wir sind gerade nur bei Scherz. Oh Mann. Okay, das wird viel sein, was wir einkaufen müssen. Aber egal. Kaufen wir erstmal alle Scherz. Dann lassen wir den Computer reparieren. Die anderen beiden neuen Videos machen. Lassen. Siebenhundert Dollar, Alter. Das war teuer. Für Kleidung, zumindest. Tsch, 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 tsch. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Wir sind gleich ganz unten angekommen. Wir gehen wir irgendwann mal als Doktor. Ne, Doktor Kleidung gibt es hier nicht, ne? Aber das Smoking ist doch schön hier. Oder als Superheld. Oder als Stormtrooper. Cool. So, okay. Äh, bitte einmal reparieren. Nein. Du hast dein Video fertig. Zeige das Ergebnis. Ja, ist okay. Und du bitte auch. Nice. Äh, mach dir dann gleich ein neues Video. Ja, komm. Mach dein Video. Du hast noch ein... Oh, wir haben drei Gameplays gemacht. Shit, eine Preview bringt nichts, ne? Mach mal noch ein Gameplay. Ja, auf Arbeitsplatz 2. Und du machst ein Gameplay... auf Arbeitsplatz 3. Und wir kaufen weiter ein. Im Clothing Shop. Nice. So, das haben wir jetzt alles richtig. Dann kommen Hosen dran. Zack, zack. Oh, dass man nur fünf Sachen einkaufen kann. Das ist doch total behindert. Das ist mega, 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 mega behindert. Aber gut, Leute. Aber gut. Ich sei so. Können wir nicht ändern. Was ist das für eine coole Hose? Kochhose. Achso. Sah cooler aus. Wie diese... Weiß ich nicht. Hippie Chill Hosen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, das sind gar nicht mal so viele Hosen gewesen. Nice. Schuhe. Hier gibt es zumindest nicht so viel, was wir kaufen können. Aber da wird sogar angezeigt, für was das am besten ist. Welche... Oder für was für eine Veranstaltung. Geht der Rechner schon wieder kaputt? Ich glaube, der geht schon wieder kaputt. Gut. Ist ja schön, dass das schon wieder kaputt geht. Oh mein Gott. Klauenbrille. Was ist das? Eine Pilotenbrille, okay? Wir machen ein Brillengeschäft auf, Leute. Wir machen ein Brillengeschäft auf. Scheiß auf YouTube. Ich werde Brillenverkäufer. Kaufen. Hüte. Pikachu-Hut. Oh, wie sweet. Ja, müssen wir hingehen. Geht nicht anders. Sonst werden wir aus dem Netzwerk gekickt. Aber egal. Egal. Ist gar nicht mal so schlimm. Dann gehen wir halt wieder ins Netzwerk rein. Ich glaube, im Monat können wir dann auch da reingehen wieder. Dann müssen wir halt hoffen, dass wir ganz viele Werbungsvorschläge und so kriegen. Und diese Veranstaltungseinladungen. Weil sonst bringt uns das ja herzlich wenig. So, ähm, Konsolen. Handys. Habe ich Tablet? Habe ich gar nicht. Wir brauchen noch die Nintendo Z. Okay. Die sind fertig mit dem Video. Zeige das Ergebnis. Und dann würde ich sagen, ziehen wir bald mal um. Hochladen. Hochladen. Geh mal eine Runde schlafen. Geh eine Runde essen. Mache das Preview vor dem 12. August. Oh, das war gar keine Veranstaltung, okay? Klar. 100% Essen. Ist gestiegen, okay? Oh, wir haben... Oh, Essen voll. Okay, cool. Äh, machen wir mal. Einfach nur öffnen. Und dann machen wir mal wieder ein Video. Spiel wählen. Dazu ein Preview. Ähm. Ja, Mono-Ausgabe. Fortsetzen. Auf Platz 1. Richtig. Da ist die Nintendo Z. Du machst nochmal... Achso, können wir jetzt nicht einstellen? Okay. Ähm, was machen wir denn? Das sieht gut aus. Ein Ausschnitt. Machen wir mal einen ernsten Kommentar. Und ich hab... Ähm... Lol. Du hast deine einfache Aufgabe bewältigt. Feierlicher Schrei. Okay, dafür brauchen wir jetzt... Ja, hier. Ähm... Das. Ich hab von einem Bug gehört. Und den können wir jetzt hier uns... Äh, können wir hier jetzt auch ausnutzen. Nice. Ja, das wird jetzt verdoppelt. Bei den Verdoppelungsdings. Gibt es Bugs? Oder einen Bug? Den nutzen wir gleich mal aus. Ich will den mal austesten. Nice. Ding in der Kommentare. Oh, verdammt. Aber das war das Einzige, was hier so... Was gebracht hat. Sag ich mal. Mörderischer Blick. Okay, weiter. Äh, pausieren. Genau. Wieso können wir ihn nicht zu einem Video schicken? Machen wir unser Video weiter. Genau. Jetzt haben wir hier das mal zwei. Ist ja... Das mit den sechs hier, ne? Das dürfte das sein. Okay. Wieder weitermachen. Jetzt ist es bei zwölf. Zack. Und wieder weitermachen. Jetzt ist es bei vierundzwanzig. Ja, geh weg. Ich kann nicht auf X drücken. Mach ich es denn so. 48. Das machen wir jetzt mal ein paar Mal, ne? Die Bank kann man ja einmal ausnutzen, sag ich mal. 192. Ist es der Rechner, der kaputt geht? Ne. Das ist der hier unten, ne? Ja. Reparieren lassen, bitte. 700. Okay, jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Ist okay. Ist okay. Starten wir damit. Alter. Ist schon ganz nice, ne? Ist schon ganz nice. Das bräuchten wir dann erstmal gleich. Dann nehmen wir jetzt das hier rein. Wir wollen ja trotzdem noch eine Bearbeitung. Wo ist es? Hä? Da ist das. Ach, da ist es. Okay. Moment. Äh, wo ist der? Das war es, ne? Ja, genau. Nein, nicht das. Das hier. Und dann nehmen wir das hier mit rein. Und dann, ähm... Nein. Wo ist es? Das hier. Dann... Nein, wartet. Äh, das hier. Gut. Dann können wir noch ein bisschen was anderes pushen. Das zum Beispiel. Äh, davon ein bisschen was. Wie sagen wir? Machen wir das nochmal ein bisschen. Hochladen. Dressen. Dressen. Alter. Es ist so krass. Was? Heiliger. Mach ein Video. Nehmen wir mal das Spiel hier jetzt weiter. Ne, warte. Du machst nochmal zu den Banana-Dings. Ne Review. Arbeitsplatz 2. Ich habe das Gefühl, mein Rechner ist mega am Abspacken, weil... Äh, oder... Ja, mega am Durchdrehen. Aber das ist mein Ventilator. Der da hinten an ist. So. Weiter. Ja. Gut. Dann würde ich sagen... T-Wum. I, bewegen. Äh. Ist ja eklig. Ich dachte, wir sind Gamer. Wie? Warte. Was? Wie? Wo? Warte, warte, warte. Kann da gerade die Nachricht, dass wir das nicht rechtzeitig hochgeladen haben? Ja, willkommen in einem neuen Heim. Ist okay. Schön. Cool. Ich war endlich Teil des besten Netzwerks. Natürlich, wenn große Hilfe und berühmt... Äh... Äh... Um berühmt... Und die Nummer 1 des YouTubers. Nummer 1 der YouTuber im YouTube-Ranking zu werden. Ich muss das Netzwerk... Äh... In diesem Netzwerk bleiben und alle Bedingungen erfüllen. Ja, wechsel ich aber später wieder rein. Weil's nicht... Oh, was? Oh, nicht deine Ernte. Nicht deine Ernte. Oh, ist das uncool. Oh, ist das uncool. Wir können neue Mitarbeiter einstellen. Wartet. Haben wir nicht hier... Nee, Jake haben wir schon als Mitarbeiter. Dann gucken wir uns mal... Keh-seh. Nein. Nein. Ich glaube, ich sollte mal auf eine Party gehen. Ja. Ich glaube, ich muss auf eine Party gehen. Und einen Gamer finden. Was haben wir denn so? Keine Veranstaltungen. Ich glaube, ich muss auf eine Party gehen. Dann setzen wir unser Kurs erstmal fort. Und du bitte, mach ein Video. Warte, warte. Sollt ihr eigentlich ein Review machen? Oder macht sie das Review? Shit. Nein, sie macht ein Gameplay, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Shit. Aber wir sind in einem neuen Heim. Neues Heim, Glück allein oder so. Wie heißt das? Ich glaube schon so. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Doki macht auf jeden Fall seinen Kurs. Schön zu Ende. Gym, 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 Gym. Aber wir können hier einen neuen Arbeitsplatz kaufen. Sollten wir ja auch machen, bevor wir jemanden einstellen, ne? Obwohl, wir haben ja drei Rechner. Jetzt haben wir vier Rechner. Na ja, gut. Sogar einer. Genug. Ne, das ist noch ein Gameplay von dem neuen Spiel. Dann machst du auch gleich mal noch eins. Noch ein Gameplay zu dem Spiel. Aber an Arbeitsplatz ist es drei? Ich glaube drei. Oder ist gerade an Arbeitsplatz drei das Video am Rändern hochladen? Keine Ahnung. So, du beendest deinen Kurs. Gehst schlafen. Den müssen wir reparieren. Danach gehst du essen. Sonst ist kein Rechner im Arsch. Und dann rüstest du den mal aus. Oder auf. Ah, wir haben ein schickes Klo, ne? Ist mal ein Hotdog. Ja, wo ist Dings denn? Okay. Ach, da bist du. Zeige das Ergebnis. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Können wir so annehmen. Dann machst du gleich ein neues Video. Und zwar ein Gameplay zu dem Spiel hier. Arbeitsplatz zwei. Wir haben neue... Okay, bei PC World haben wir noch was. Ein neues Widget freigeschaltet. Ach, da ist noch ein Rechner. Okay. CPU. Die CPU, bitte. Die Tastatur. Der Monitor. Oh Gott. Die Maus. Die Webcam. Das Mikro. Okay, wir können nicht mehr kaufen. Warte, wir haben in 16 Tagen. Ja, ist okay. Wir kriegen das Geld schon wieder zusammen. Mikro. Kopfhörer. Nein, Kopfhörer. Und Schnittprogramm. Jetzt ist der Rechner auch wieder komplett drauf. Auf keinen Fall. Was? Damn. Ja, ist okay. Aber er macht... Macht er ein drittes Gameplay? Ich glaube schon, ne? Äh... Mach ein Video. Da machst du bitte ein... Ne Review. Ah, an Arbeitsplatz 1. Öffnen. Jut. Jut, jut. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ah, es kommt ganz gut an sogar. Ich glaube, das bewerben wir gleich mal. Bewerben. Revlink. Wie mache ich das? Revlink, Dings. Wo ist er? Hä? Hä? Ach lo... Hä? Okay. Öffnen. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Warte, dann gehst du nochmal kurz einkaufen. Jetzt müsste das noch... Äh, noch das Schnittprogramm kommen, ne? Ja, genau. Und das dürfte es gewesen sein. PC-Words? Nee. Konsol... Äh, Controls. Nein. Ich hole mir mal das. Noch ein neues Handy, dann haben wir alle Handys. Okay, ich glaube, die sollte... Wow, das Review ist gut geworden. Geh die gleich mal pennen. Du machst mal noch ein Video. Und zwar zu dem Spiel machst du noch ein Gameplay. Auf Arbeitsplatz 1. Ist okay. Würde ich sagen... Öffnen. Spiel wählen. Dann verkaufen wir mal wieder den Rest. Schrott hier. Das hier können wir verkaufen. Dann... Wow, das können wir auch verkaufen. Das verkaufen wir auch. Wir verkaufen jetzt beide, also alle Spiele. Wo das sogar noch geht. Das da vorne. Aber... Neues Spiel ist, glaube ich, schon... Vom Vorteil, wenn wir mal eins kaufen. Und dann werden wir gleich hier die Folge. Obwohl, nein. Ich nehme zwei Folgen auf. Stimmt. Ich muss ja... Ja, genau. Alles. 1. August. 10. August. Der Rest ist noch komplett beschissen, oder? 8. August. Dann müssen wir das vom 10. August nehmen. Dazu machen wir auch gleich ein Unboxing. Dann macht sie dazu gleich ein Preview. Und... Ja. Unboxing. Auf... Ja, nehmen wir mal Arbeitsplatz 2. Omniausgabe. Jo. Jim, Jim, Jim. Yeah. Okay, er ist fertig. Nice. Jetzt... Ich will... Zeige. Das Ergebnis. Ist jetzt nicht so gut. Aber ich denke, dafür wird das neue Spiel halt ziemlich gut werden. Hoffentlich. Hoffentlich. Und startet die Aufnahme. Ich hätte vorher nochmal schlafen gehen sollen. Shit. Kann das nicht mehr noch passieren. Damn. Vor allem verbrauchen wir jetzt hier schon die Mega-Punkte. Ich will halt auch das Symbol richtig haben, ne? Ja, geil. Das wird ein wundervolles Video. Findet ihr nicht auch? Auf jeden Fall, oder? Das auf jeden Fall noch. Brauchen wir auf jeden Fall noch hiervon ein bisschen was. Und hiervon... Wow, wird das scheiße. What? Interesse ist auf jeden Fall ziemlich hoch, aber der Rest ist halt kompletter Bullshit. Dann würde ich sagen... Machst du mal bitte... eine Preview... auf Arbeitsplatz 1... Du machst mal bitte... Doki, geh mal nach unten. Du machst bitte ein Gameplay von dem Spiel. Meinetwegen Arbeitsplatz 2... Wow, das ist gar nicht mal so schlecht angekommen. Das bewerben wir aber auf jeden Fall. Können wir nochmal... Ne, das wollten wir im nächsten Monat machen, ne? Naja, genau. Äh... Doki, du setzt den Code bitte auf Bord. Und das ist... so erklärt, du kannst...